Hallo hier ist Harald vom MarketPress Team. In diesem Tutorial geht es um die Anbindung von German Market an LexOffice. Zur Anbindung von German Market an LexOffice ist die Aktivierung des Add-ons LexOffice im Bereich Add-ons notwendig. Damit die Anbindung ordnungsgemäß funktioniert, ist es zusätzlich nötig, auch das Rechnungs-PDF-Add-on einzuschalten. Nach der Aktivierung erscheint auf der linken Seite der neue Menüpunkt LexOffice. Als erstes ist es notwendig, German Market mit LexOffice zu verbinden. In dem Text im Bereich Autorisierung ist der Vorgang näher beschrieben. Nach Drücken auf den Link dieser Seite erfolgt eine automatische Weiterleitung zur Autorisierung von German Market in LexOffice. Nach dem Einloggen mit den LexOffice-Zugangsdaten und dem Erlauben des Zugriffs von German Market erscheint der Autorisierungscode, den es zu kopieren und in das entsprechende Feld von German Market einzufügen gilt. Nach dem Speichern ist die Verbindung zwischen German Market und LexOffice hergestellt. In LexOffice lässt sich dieser Verbindungsstatus über das Zahnrad rechts oben über den Menüpunkt Erweiterungen einsehen, indem dort das Add-on German Market aufgerufen wird. In diesem Bereich kannst du die Verbindung auch wieder trennen, genauso wie über die Option Autorisierung widerrufen in den German Market LexOffice Einstellungen. Im Bereich Kontakte lässt sich einstellen, ob die WooCommerce-Kundenkontakte in LexOffice als zusätzliche Kontakte angelegt werden. Wenn nicht, kann die Option Sammelkunde stehen bleiben. Ansonsten ist es notwendig, die Option Verwende LexOffice-Kontakte auszuwählen und die Einstellungen zu speichern. Danach erscheinen im Bereich Kontakte neue Optionen. Erstellen neuen LexOffice-Kontakt bedeutet, dass für den WooCommerce-Kunden ein Kontakt in LexOffice angelegt wird. Die Option Automatisches User Update bedeutet, dass bei einer erneuten Bestellung des Kunden kein neuer Kontakt angelegt, sondern die Kontaktdaten aktualisiert werden. In WooCommerce gibt es von Haus aus zwei Arten von Kundengruppen. Den registrierten Kunden mit einem Kundenkonto und den Gastbesteller ohne Kundenkonto. Die Option Gast User regelt nun, ob auch für Kunden ohne Kundenkonto, also den Gastbestellern, ein Kontakt in LexOffice angelegt wird. Unabhängig von der Kundengruppe können Bestellungen in WooCommerce einen unterschiedlichen Bestellstatus erhalten. Dies ist zum Beispiel abhängig von der Zahlart. Erst wenn die Bestellung auf abgeschlossen steht, ist die Bestellung des Kunden in WooCommerce fertiggestellt. Wird nun die automatische Übertragung der Bestellungen an LexOffice aktiviert, dann werden nur die fertiggestellten Bestellungen übertragen. Kommt es in Bestellungen zu Rückerstattungen, so ist zu beachten, dass die Anzahl der Produkte verändert wird und WooCommerce automatisch die Steuern berechnet. Bei direkter Eingabe der Summen und der dazugehörigen Steuern könnte es ansonsten zu Fehlermeldungen kommen. Bei erfolgreicher Anpassung der Bestellung findet sich dieser Beleg dann im Menüpunkt Alle Stornos. Der Menüpunkt Stornos im Bereich Automatische Übertragung regelt nun, dass diese Belege automatisch zu LexOffice übertragen werden. Ist nun zusätzlich noch das Add-on Rechnungsnummer aktiviert, dann erscheinen in den LexOffice Einstellungen zwei neue Optionen. Über die Option Belegnummer lässt sich regulieren, ob die Bestellnummer oder die Rechnungsnummer an LexOffice gesendet wird. Über die Option Belegdatum lässt sich einstellen, ob LexOffice das Bestelldatum oder das Rechnungsdatum als Belegdatum verwendet. Zum Schluss nicht vergessen die Anpassungen zu speichern. Neben den allgemeinen Einstellungen findet sich durch die Aktivierung des Add-ons in jeder Zahlungsart das Feld Fälligkeitsdatum für LexOffice. Über diese Option kannst du die Tage ab dem Datum der Bestellung eingeben und darüber das Fälligkeitsdatum bei dieser Zahlart bestimmen. Hier bei PayPal trage ich zum Beispiel eine Null ein, da die Bezahlung ja sofort durchgeführt wird. Und bei der Zahlart Kauf auf Rechnung trage ich als Fälligkeitsdatum 10 für 10 Tage ein. Auch hier das Speichern nicht vergessen. Neben der automatischen Übertragung lassen sich Bestellungen im Bereich Bestellungen auch einzeln oder in Gruppen übertragen. Über das Icon neben der Bestellung lassen sich die Daten einzeln an LexOffice übertragen. Vorausgesetzt allerdings, dass die Bestellung fertiggestellt ist. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung und es kommt zu keiner Übertragung. Nach Fertigstellung der Bestellung ist dann eine Übertragung der Bestellung über das Icon jederzeit durchführbar. Neben der Einzelübertragung gibt es auch die Mehrfachaktion, in der mehrere oder auch alle Bestellungen gleichzeitig über die Option Übertragung zu LexOffice übertragen werden. Auch hier vorausgesetzt die Bestellungen sind fertiggestellt. Die Einzelübertragung über das Drücken des Icons gibt es auch für die Belege im Bereich Alle Stornos. So wie sieht das Ganze nun in LexOffice aus? In LexOffice sind im Bereich Belege die von WooCommerce übertragenen Bestellungen oder auch Rückerstattungen zu sehen. Da es sich bei diesem Beispiel um eine Bestellung per Rechnung handelt, wurde in der Bestellung wie vorhin eingestellt das Fälligkeitsdatum von 10 Tagen hinzugefügt. Neben den Bestellungen hat LexOffice, wenn die so eingestellt wurde, auch zusätzlich noch die Kunden von WooCommerce als Kontakt angelegt. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis zu der Vorgehensweise, wenn nach der Übertragung der Bestellung von WooCommerce zu LexOffice noch Anpassungen der Bestellungen in WooCommerce durchgeführt werden. Nach der Bearbeitung der Bestellung, wie hier zum Beispiel die Anpassung des Namens, reicht es aus die Bestellung zu aktualisieren. Danach noch bei der überarbeiteten Bestellung den LexOffice-Icon drücken und der betreffende Beleg in LexOffice wird aktualisiert. Das waren die Einstellungen des Add-ons LexOffice in German Market. Da wir auf YouTube regelmäßig neue WooCommerce Videos veröffentlichen, lohnt sich das Abonnieren dieses Kanals. Bei Gefallen des Videos würden wir uns über einen Daumen hoch freuen.